und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge fortnite battle royale in diesem video werde ich euch mal wieder ein fort bei zeigen das jetzt heute freigeschaltet oder wird ich weiß gar nicht auf jeden fall muss man ist die challenge man muss bei blog ein ein puzzle spiel dafür hier ist ja der krater muss sozusagen in verlängung von blog im kater dann dahin wo auch schon so viele landen ist natürlich logisch fortbeitz werden immer gehypt hier sieht man schon da ist das fort weit alle stehen drauf es müssen eben alle einmal aufstehen würde freigestaltet werden kann ist alle wieder sind einfach also es müssen alle unten sein ihr müsst springen so perfekt so also alle müssen einmal draufstehen alle von den bolzen müssen unten sein und dann hat man das geschafft haben das freischalten wie immer ja das was ich schon mit dem video wenn euch das video gefallen hat dann lass doch gerne ein abon like da wäre auf jeden fall extrem nice und ich würde mich auch vielleicht über einen kleinen kommentar freuen ja und dann bis zum nächsten video ciao